Leute, das ist ein wahrer Krieger. Warte, mach ich mal einen Muck aus. Das nennt man einen wahren Krieger. Der fährt locker schon seit zehn Kilometern einfach mit mir mit. Was geht Grüße gehen raus an Andreas und den lieben Primzy. Driven Jungs! Driven! Er wollte einfach mit Driven. Oh, der Brie wird sauber gemacht. Er glänzt voll Jungs, er glänzt. Guck mal wie der glänzt, der glänzt voll. Ja, mit Maske Bus fahren ist richtig Katastrophe. Ich fahre das erste Mal jetzt bei der Maske Bus. Ja, nicht nur mal. Oh, was ist das für Wetter. Tschüss. Tschüss, guck mal Himmel an. Boah, wild. Wild. Fabi, wenn du diesen Vlog siehst, wir nehmen dein Geburtstag heute komplett auseinander. 50 Leute oder was sagst du? Komplett wird zerstört. Outfit Fresh Food. Guck. Latschkis. Mit Latschkis. Guck mal, alle haben mal so dicke Brille. So Gucci, keine Ahnung. Dicke Brillen. Dann komm ich mit Maui Sports Brille. Dickste Maui Sport Brille. Ja. Schmeck. 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 Ja. Ich hab natürlich sowas immer sucht. Nee. Wenn du mich nicht … Ich will das, das ist wichtiger als zu essen. Nein. Leon, grüß Sebach! Grüß Sebach! Grüß Sebach! Grüß Sebach! Wenn das Video nicht liket, 300 Schläge, Bruder! Wenn ich abonniert, ist es unten! Wenn ich abonniert, ist es unten! Ich bin eine polische Marsch, ihr werdet es sehen! Warte, nimm auch das da einfach! Da ist alles! Nein, scheiß auf dich! So jetzt, warte mal, zeig mal her! Boah! Selbst gefruchtet... Seit 5 Stunden selbst gefruchtet, oh mein Gott! Oh mein Gott, sowas hab ich noch nie in meinem Leben getrunken! Oh mein Gott! Ey, Fabi, was ist da drinne? Das ist... Destillierter Gin... Destillierter Gin... Destillierter Gin... Destillierter Gin mit selbst befruchteten Früchten, guck mal! Ohhhh! 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 Sense! Boah! Selbstbefruchtet, mäßig, Digga! Da kommen kleine Kinder raus! Wer sowas trinkt, Bruder, frisst auch kleine Kinder! Nein, nein, wer sowas trinkt, weiß einfach was Gutes! Ist das das? Dann fahr mit Levo! Ohhhh! Guck mal, guck mal! Ohhhh! Mit Sieb! Weil die Früchte nicht rauskommen, guck mal! Ohhhh! Ohhhh! Wenn du dich gut benimmst... Kann ich... Wie viel ist das? 40%, ne? Haha! Digga, das fährt mit dem Auto ganz schwer! Digga! Ohhhh! 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 Ja, Mann! Das ist total krass! Das ist total krass! Das ist total krass! Du warst so krass! Du warst so krass! Oder? Wir sind schon, Digga, ne? Und sie war! Ja, Mann! Hauptfrau viel! Gebe viel von mir! Gebe nicht! Na, du Versifte! Na, Mann! Hast du was zu sagen? Oh, kipp ich nicht! Ohhhh! Ohhhh! Skipp oder? Haha! Telefonate! Darf man auch raufkippen? Nein! Also, ja! Mach doch! Mach doch! Ja, du darfst doch! Ahhhh! Was haben wir verpasst? Scheiße! Wir sind der Klitz! Das als Kameramann! Wollen wir mal weitergehen und gucken, was noch so auf der Party hier abgeht? Schauen wir mal! Prost! Einmal da durch! Einmal da durch! Einmal da durch! So! Was gibt da zu essen? Das gibt zu essen! Pudel? Pudel? Flaysteig! Das gibt zu essen! Jawollo! So! Da gibt es zu essen! Cevap, Cici und Würstchen! Was haben die Jungs hier zu trinken? Wordi, Alter! Was gibt es hier zu trinken, Tilman? Henny! Hier gibt es Hennessy! Und noch mehr Würstchen! Nein! Komm, Komm! Woll!